So, dann filmen wir mal den Naomi. Der Snowboard-Blitz da oben. Am Scheitelpunkt fährt es jetzt gerade los. Gucken wir mal, ob das klappt hier. Beweisvideo, dass er sonst nur von uns Filme und Bilder macht. Noch mal ein richtig schöner Tag heute. Sieht zwar ein bisschen zu, aber groß und ganzer war das absolut toll. Jawohl, schöne Schwinge. Sehr schön. Sehr gut. Juuuuhuuu.